Liebe Patientinnen, liebe Patienten, bereits zu Beginn der Corona-Pandemie ist rund jeder zweite Herznotfall aus Sorge zu Hause geblieben. Aus Sorge, sich anzustecken, aber auch aus Sorge, das System zu überlasten. Seien Sie bitte unbesorgt. Das Risiko, sich im Krankenhaus anzustecken, ist vernachlässigbar gering. Und die Sorge, uns mit einem Notfall zu überlasten, ist unbegründet. Bitte wenden Sie sich bei akuten Beschwerden, also akuter Luftnot oder akuten Brustschmerzen umgehend an den Rettungsdienst. Lassen Sie sich helfen. Wählen Sie im Zweifel die 112. Damit können Sie Leben retten.